Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf Köln-Aachen aus dem Kölner Hauptbahnhof, aus dem Aachen Hauptbahnhof, nicht aus Köln, und zwar aus der Baureihe 187, Lok 100-3 der MRCE. Und wir fahren hier einen gemischten Güterzug. Und ja, der ist schön lang. Ich würde sagen, wir setzen uns mal rein. Hier vorne noch eine V60 unterwegs, hier noch ein Dostow, ja, und wir setzen uns in den Führerstand. Gut. So, im Führerstand angekommen, stehen wir einmal auf und aktivieren erstmal den Führerstand. So, Licht auf dem Auto-Konfiguration, dann einmal hier die Türen auf. Dann machen wir einmal die PZB an, die LZB an, die DCS können wir nicht bedienen, die SIFA lassen wir auf Aus. So, dann einmal nochmal hier zu dem Schrank nach hinten gedreht, das passt dann soweit alles. Federspeicher ist schon gelöst. Batterie ist an, sehr schön. Dann setzen wir uns einmal. Wir haben schon Ausfahrt mit 40. Dann gehen wir einmal ganz kurz hier in die Einstellung und kontrollieren mal den Stromabnehmer, der hinter ist, glaube ich, bei den Güterwagen in Ordnung. Untere Zucker hat, ist, denke ich, dann auch in Ordnung. Dann kontrollieren wir mal die Signalleuchten. So, das müsste jetzt eigentlich dann funktionieren, und zwar, sobald wir die Spitzensignale auf reduziert einstellen. Jawohl, Spitzensignale sind dann. So, dann einmal Fahrtrichtungswetter nach vorne. AFP lasse ich jetzt erstmal aus, direkte Bremse ist gelöst. Scheinbar schon, sowas brauchen wir nicht. Dann sind wir soweit, abfahrt breit. Dann lösen wir die Zugbremse. Und können Leistung aufschalten, während uns da die LTE 187 entgegenkommt. Mit falschem Stubbabnehmer. So, da rechts noch eine 187 und eine 185. Bisschen Park, leise am Führerstand. So, das klingt doch schon besser. Ja, das klingt doch schon besser. Hinten haben wir auch die Zugschlüsstafeln. Dann dürften wir, genau, jetzt dürfen wir die 100 hoch, dass das auch unsere Form wachsen sollte. Alles klar, unsere Zugart dürfen jetzt nicht schneller als 100 fahren. Soundmod ist am Start. Das ist nicht der originale Sound, sondern das Soundmod. Ohne die sich die 187, meiner Meinung nach, immer noch nicht wirklich spielen lässt. Ja, die 187 ist von Skyhook Games. Das ist ein Log-DLC, das für Köln-Aachen ursprünglich erschienen ist. Und zu echt, als das vielleicht schlechteste deutsche Add-on bisher bewertet wurde. Das ist auch 100 sind fast erreicht. Schön, hier die ganzen Dostos, die hier abgestellt sind. 146er. So, dann hätte ich gerne die AFB-Ehrigkeit. Was find ich denn die AFB-Ehrigkeit? Was willst du noch beim Sentier? Nee. ASB! 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 Alle möglichen Wagen, die wir hier dran haben. ! Alle möglichen Wagen, die wir hier sind! Alle möglichen Wagen, die wir hier haben! Alle möglichen Wagen, die wir hier haben! Wir müssen doch mitleiten und wollen. Wir können davor von das! Wir wollen doch mal aus lernen. Jetzt wird das nicht immer weitergezogen! Vielleicht wird das nicht im Hintergrund kennengelernt! Ich weiß schon mal in jedem Fall! Das bin jetzt einfach immer noch immer, was erdeckt, denn Certifica-Badier? Das ist so ein paar min fiberschen sehr da. Er braucht eine einfache weitergelegenheit. Sehr, sehr schöne Locken. Da sind noch hier ein paar Heißluftballonfahrer unterwegs. Und einmal in den Tunnel rein. So, einmal die Displays auf dunkel. Jetzt können wir die Displays auch schon wieder auf Feld stellen, weil das sind doch die einzigen Tunnel hier auf der Fahrt. Das Display ist egal, das können wir ignorieren. So, die AFB regelt uns da automatisch runter. Soweit wir die 100 erreicht haben, wird da E-Bremskraft aufgeschaltet. Ich finde auf jeden Fall die Symbolik hier sehr interessant. Dass wir PZB wachsam drücken, im Grunde genommen hier in der Mitte, wo es halt gelb ist. Zug-Beanflussung. Das ist PZB-Befehl. Und das wird wohl, äh, frei sein. Na, ist klar. Hier, frei. Ich finde Köln-Aachen mit der TSW-4-Beleuchtung und TSW-3-Beleuchtung wirklich echt schön. Das gibt der Strecke doch nochmal was komplett anderes. 146 hier. Das ist eine Einschränkung auf 110. Die interessiert uns jetzt hier nicht. Was hier auf jeden Fall fehlt, sind ganz viele Güterwagen, die hier abgestellt sind. Das fehlt hier auf jeden Fall. Ich denke mal, wir haben da recht ruhige Fahrt vor uns, ohne irgendwelche Signale, die uns da ärgern. Und auch sonst mit kaum irgendwelchen Geschwindigkeitseinschränkungen. Ich frage mich nur, wir haben noch eine LZB hier. Ob wir auch gleich in die LZB aufgenommen werden, das wäre mal interessant. Das habe ich, glaube ich, noch nie mit der 187 gemacht. Das wäre unsere erste LZB-Fahrt mit der 187. Musste man ja vorher immer vermeiden, weil bei der Release-Version der 187 war ja die LZB komplett verpackt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht mittlerweile gefixt ist. Noch mal ein kleiner Tunnel. 收ungschcle have Sincele Exchange und eine ein kleiner Tunnel. So play hier ein großer genieuer an Tryingbike. Ich denke mir, dass das okay genug sein kann. Ja, die Fahrt kann man auf jeden Fall ganz gut genießen. Hier Vmax ist 140, das ist die Maximalgeschwindigkeit der Lok. Die werden wir natürlich in keinster Form heute ausreizen. Oh, wisst ihr, was schön wäre im TSW? Ein Vectron. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von irgendwelchen modernen Loks, aber der Vectron wäre schon wirklich, wirklich cool. Die könnte man ja auch vor allen möglichen Zügen spannen. Das ist ja echt, die Vectron ist ja so dermaßen variabel einsatzfähig. Die kann man ja vor Güterzügen hinstellen und abliefern. Die könnte man genauso gut vor Dostos benutzen, die könnte man vor Endwagen benutzen. Selbst im Euro-City-Verkehr werden ja Vectrons genutzt, zumindest von der türkischen Staatsbahn. Auf den Euro-Cities, die aus Prag kommen, unter anderem. Aber ich glaube vor allen Dingen, die Euro-Cities aus Prag ist mittlerweile mit Vectron-Loks bespannt. Also wirklich, so eine Vectron würde alles Mögliche offen halten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie irgendwann kommt, weil sie einfach so sehr dermaßen variabel einsatzfähig ist. Also wir kennen ja die TG, wir wissen, sie liefern gerne die gleiche Lok in verschiedenen Deals mit. Und so eine Vectron ist auf jeden Fall eine Lok, die da der absolut perfekte Kandidat für wäre. Einmal gebaut und dann immer wieder halt mitgeliefert als Rollmaterial. Nur Lizenz von der DB hat man ja. Ansonsten gibt es hier auch noch alle möglichen anderen EVOs. Ich glaube, MRCE besitzt auch eine Maschine. Also insofern kann man da vielleicht von ausgehen, dass es irgendwann klappen könnte. Mit der Vectron. Aber es ist nur eine reine Vermutung. Und mehr auch nicht. Ich glaube, das dynamische Wetter ist auch an. Es kann dann so gut sein, dass es noch ein bisschen bewölkter wird, dass es noch später anfängt zu regnen. Müssen wir mal schauen, ne? Müssen wir mal schauen. sehr schön sehr sehr schön 44 km das kann ja noch ein bisschen dauern was ist das hier? Lokführer Bremsventil angeschlossen was mir auch sehr an der Vektron an der Trax 3 sehr gefällt ist dass hier der Maschinenraum ausmoduliert ist natürlich sollte man hier nicht rein während der Fahrt das ist höchst gefährlich und woher das Licht hier reinkommt weiß ich auch nicht das ist auch von der Bauweise her die Lok die theoretisch auch den Last-Mile-Antrieb drin haben könnte hat sie aber nicht es gibt ja die Möglichkeit dass dann letztlich für die letzte Meile den letzten Kilometer also letztlich für so einen Güterumschlagsplatz die Lok dann den Antriebsmodus umstellt von elektrisch von Saft aus der Oberleitung ziehen zu Dieselmotor zu einem diesel-elektrischen Motor und theoretisch könnte unsere Lok hier das aber das entsprechende Modul ist hier nicht eingebaut heißt also leider haben wir nicht den Last-Mile-Antrieb ehrlicherweise glaube ich aber auch nicht dass Skyhook Games das wirklich hätte umsetzen können also so richtig so richtig geklappt hätte das vermutlich sowieso nicht wenn das Skyhook gemacht hätte würde ich jetzt mal behaupten aber was mir ganz gut gefällt sind so die einzelnen Details dass man hier zum Beispiel in dieses Menü noch reingehen kann hier die Signalleuchten umstellen kann die Bremsstellung den Stromabnehmer kann man umstellen den PCB-Modus das ist ja schon mal immerhin etwas ansonsten kann man hier noch die Anzeigen verändern da passiert nichts da auch nicht da auch nicht da auch nicht und hier kann man das Display auch entsprechend umstellen ich glaube allerdings sowas wie Netzspannung und sowas umstellen auf irgendein anderes Netz lässt sich glaube ich hier nicht machen ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt ob wir Stromabnehmer haben zum Schleifstück der dann aus ganz rausgelegt ist ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht ich glaube nicht dass wir jetzt zum Beispiel Schweizer Stromabnehmer hier drauf haben glaube ich bei die Stromabnehmer für ganz normal in Deutschland und Österreich in der Schweiz ist das Schleifstück so ein bisschen ich glaube in der Schweiz ist das Schleifstück etwas breiter aber das haben wir halt hier nicht umgesetzt ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht ob die 187 in der Schweiz fährt in Realität ich weiß gar nicht ob es so eine Art Multimodal 187 gibt die in der Schweiz theoretisch fahren könnte bestimmt gibt es das aber ist mir bisher nicht so bekannt die einzige Lok die das theoretisch hinbekommen könnte im TSW ist die die MCE 185 die mit Dresden Riesa mitgeliefert wurde das ist nämlich die Variante die tatsächlich vier Stromabnehmer hat unter anderem ein Stromabnehmer für die Schweiz und den kann man auch tatsächlich heben man kann zwar auch nicht das Stromsystem ändern aber man kann den entsprechend Stromabnehmer heben das ist ja schon mal etwas aber uns fehlt natürlich auch das Schweizer Zugsicherungssystem ist dort ein Sieg ja das ist tatsächlich ein Sieg ich kann leider nicht hören schön ist mir nie aufgefallen dass hier ein Sieg ist was haben wir hier ah ja weil ich immer hier auf die Sportplätze geguckt habe ja ganz hübsch das Signal ist weiterhin grün so richtig viel entgegen kommt uns heute nicht wo sind wir jetzt in der LZB Tatsache wir sind in der LZB das heißt also wir können theoretisch den V-Soldsteller ja wir können den ganz hoch stellen den Kombi- und Bremshebel den Kombileistungs- und Bremshebel ebenfalls und jetzt müsste die Lok vollkommen automatisch handeln hier einer der Landmarks dieser Strecke diese Brücke hier vorne also wir sehen jetzt hier dass für den nächsten also wir sehen jetzt hier erstmal dass wir aktuell 100 fahren dürfen ähm und in 9,9 Kilometern dürfen wir weiterhin 100 fahren so auf jeden Fall schlau von der LZB dass sie erkennt dass wir nicht schneller als 100 fahren dürfen hätte ich nicht gedacht ehrlich gesagt dass das das klappt da ist eine S-Bahn das müsste glaube ich Düren sein hier noch so ein Gleisanschluss ach der führt einfach nichts hier aber noch ein Gleisanschluss und führt der dann ja der ist tatsächlich der fährt der führt irgendwo hin das ist wohl eine kleine Nebenbahn die hier abgeht hier werden die Gleise dann etwas sagen wir mal unschön gebaut da ist sogar noch ein Signal crazy das ist glaube ich so eine Flankenschutzweiche nennt man das glaube ich diese Form der Weichen dass man für den Fall dass man das Signal überfährt äh dass man dann auf den Prellbock zufährt und nicht auf die äh auf die Gleise während uns ein Talent 2 vorbei entgegenkommt ok 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 da hat hier Aber, da hat die LZB dann doch nicht erkannt, dass wir 100 fahren dürfen, deshalb stelle ich die AFB mal manuell auf 100 ein, bevor wir jetzt zu schnell fahren. Mert mich. Also ein allzu langer Zug ist es tatsächlich nicht. Warum wir in der Unterzugfahrt fahren. Die Fläche ist sehr schwer beladen. Ich weiß es nicht. Aber gut, okay. Dann ist das so. Dann fahren wir halt in der Unterzugfahrt. Und das Spiel wollte es so. Entsprechend machen wir das auch. Und das ist das so. Und das ist das so. Und das ist das so. Deshalb. Und dann schauen wir hier halt mal raus. Und das ist das so. Perdueots in der시gelung. So, dann fangen wir vorbei am nächsten Bahnhof, der da heißt, Böhr. Hier mit irgendwelchen Industrien, aber sonst scheint nicht so viel los zu sein in Büger. Das wird wohl eine Autobahn sein, hier links, auf der ist aber auch nicht so viel los. Ja, Güterverkehr ist halt so ein bisschen, kann durchaus sehr eintönig werden, das ist halt so ein bisschen, also es ist schon schön, aber andererseits macht man, man fährt halt irgendwie seine 100 kmh, fährt, 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 wird zur Seite genommen, fährt, 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 also weiß ich nicht. Ja, war schön, trotzdem sehr schön. Kleiner Kernelcam, falls es jemand kennt, die Kernelcam. Signal weiter in grün, LZP sagt uns auch nichts, von wegen anhalten, also fahren wir ganz entspannt weiter. Das ist schön auf dem Feld, dass der ein Stück noch immer hoch schlägt, wusste ich gar nicht, dass es weiter nur auf der Bahn ist. Oh Gott, das würde ich bei Ihnen jetzt nicht besonders oft. Ganz stark vor dem Feld, das ist besser. Aber gut, das ist gut, das Feature. Das hier ist die Rangiersteuerung, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob die in irgendeiner Form funktioniert, der Notfallstromabnehmer. Also, der senkt den Stromabnehmer im Notfall. Scheibenwischer. Ja, können wir hier noch die Signalleuchten einstellen. Hier können wir eine Doppeltraktion theoretisch einstellen, aber das ist nicht verbaut. Was das ist, weiß ich nicht. Die Motorraumbeleuchtung. Das Notbremsventil. Ja. That's it. Das ist die, ähm. Ähm. Die, ähm. Bahnlinie ist der falsche Begriff. Ähm. Jetzt habe ich vergessen, wie der richtige Begriff dafür ist. Weiß ich nicht mehr. Also Hauptschalter, Stromabnehmer. LZB, P&P ZB Einrichtung. Da haben wir noch irgendwelche Klimaanlagen, Kontrollen. Notfallschalter. Leichter. Die investor. Neues! Zefl. Wie ist das? Ah, das ist eigentlich hier die Beleuchtung über unserem Kopf. Ja, das ist der Führerstand. So sieht er aus. So sieht er aus. Oh, ich sehe, da kommt uns was entgegen. Was kommt uns dann da entgegen? Das sieht aus wie jene S-Bahn, die Olle 423. Sogar zwei Stück. Der steht hier im Umstellgleis. Der macht wohl gerade Pause, hat hier den Dienst beendet und hier vorne, der steht schon mit der Bahn nicht vorbereitet. Der Bahn nicht vorbereitet. Hat sich hier. Der Bahn nicht vorbereitet. Ja, da schlängelt sich unser Zug entlang. Und dann haben wir nur noch zwölf Kilometer. Wir sehen jetzt auch schon, die LZB läuft runter. In 9,2 Kilometern sind es dann nur noch 100 kmh, die freigegeben sind. Da kommt eine Geschwindigkeitseinschritt auf 120 kmh, allerdings nicht für unser Gleis, sondern für das S-Bahn-Gleis hier neben. So, wir sind jetzt auch schon recht nah eigentlich an Köln. Wir sind im Grunde genommen jetzt schon so im äußeren Bereich der Stadt. Wir sind bei einem rechten Königsbaum. Ich meine, die LZB endet wirklich ganz kurz vor Köln-Hoppernhof. Erst da müssen wir uns befreien. Ich weiß allerdings nicht, wie weit wir fahren. Wir fahren ja nicht bis Köln-Hoppernhof, denke ich mal. Sondern irgendwo vorher werden wir schon rausgewunken werden. Da ist noch eine S-Bahn, 423er. Ich mache gerade die Türen zu und fahre jetzt ab. So, wir haben jetzt gleich nur noch unter 4 km an. Mal gucken, ob dann hier so ein Balken erscheint. Das müsste eigentlich... Nee. Schade. Schade. Hätte man erwarten können, dass hier jetzt so ein Balken auftaucht. Müsste auch eigentlich. Aber gut, wie gesagt, es ist halt echt nicht das beste DLC auf der Welt. Ich würde es mir ehrlich gesagt auch nur wirklich kaufen, wenn es im Sale ist. Und dann auch nur am PC, wenn man die Möglichkeit hat, die Sword-Mod zu installieren. Weil ansonsten... Es ist einfach... Es ist wirklich eine Geldverschwendung. Außer man möchte, dass die 187 irgendwie als KI-Verkehr irgendwo rumfährt. Dann lohnt es sich vielleicht schon noch. Aber ansonsten... Da sind halt einfach... Man merkt, es ist Skyhooks allererstes deutsches DLC. Und bislang auch übrigens einziges deutsches DLC. Danach haben die sich ja nie wieder mehr an irgendwas deutsches rangewagt. Ist auch vielleicht besser so. Aber wer weiß, vielleicht haben sie sich auch entwickelt. Vielleicht ist es ja auch mittlerweile... ...nicht mehr ganz so schlimm. Zug-Beanflussung 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 LZB-Ende quittiert. Das heißt, wir fliegen also gleich raus aus der LZB... ...ja, vermutlich in einem Kilometer oder so. Da ist eine Ankündigung auf 100. Müssen wir jetzt noch nicht bestätigen, da wir noch in der LZB sind. Das heißt, aber erst in der LZB ist konsekven, da wir schon einmal raus. ES-ANGER-Dorç Jetzt wenn sie in der Lzb sind, die braisen fühlen, da wir schon ganz gut trafen, Bye! Und mit Cuidemoon dass einronic economisch nicht weisen aber was das beurteil ist fürjetumes gestärkt Zug über Anflussung. Zug über Anflussung. Und gleich in zwei Kilometern anhalten, also bremse ich schon mal langsam rein. Was steht hier links? Ah, 187 und 185. Da vorne sind wir schon den Fernsehturm von Köln. Zug über Anflussung. Jawohl. Schnell runter auf unter 55. Dem ist jetzt Folge geleistet worden. Lösen wir nochmal aus. Und dann halten wir in 400 Metern an, hier mitten im Nirgendwo. So, 500 Hertz Magnet. Tür freigabe. Tür freigabe. Tür freigabe. Zug über Anflussung. Tür freigabe. Wir haben zu früh gehalten. ne warum ist dann noch was im bremste drin ist doch aus ja also ich würde sagen die resten die letzten paar meter die mache ich jetzt hier noch alleine und dann würde ich sagen verabschiede ich mich und bedanke mich fürs zusehen und wünsche euch alles gute und alles liebe